Um eine nahezu gleiche Erfahrung für alle Markdown-Interpreter zu ermöglichen, sollten Sie bei der grundlegenden Markdown-Notation bleiben oder möglichst einfache HTML-Tags verwenden, beispielsweise wenn Sie die Farbe eines Satzes oder eines Wortes ändern möchten. Mit LeaScript können Sie jedoch auch Attribute in alle Markdown-Blöcke und Inline-Elemente einfügen, indem Sie einen HTML-Kommentar an dieses spezifische Objekt anhängen. Wenn der Inhalt dieses HTML-Kommentars als HTML-Attribute gepasst werden kann, werden diese Einstellungen auf das angehängte Element angewendet. Die folgenden Ressourcen geben Ihnen einen vollständigen Überblick über die gängigsten HTML-Attribute und Stilelemente. Es mag auf den ersten Blick ziemlich überwältigend sein, was alles möglich ist. Aber Sie werden sehen, dass Sie mit einigen Grundelementen schon viel erreichen können. Und wenn es um HTML und Styling geht, finden Sie Beispiele für so ziemlich alles auf Ihrer bevorzugten Suchmaschine. ZB-Ecosia Was ist eigentlich ein Block in LeaScript oder Markdown? Im Grunde ist es alles, was durch einen Zeilenumbruch getrennt wird. Wie ZB ein Absatz, eine Tabelle, ein Codelock oder eine Liste. Es kann aber auch ein Block aus mehreren Blöcken sein. Beispielsweise eine Liste, die aus verschiedenen Aufzählungspunkten bestehen kann. Wobei jeder Aufzählungspunkt eine Liste mit mehreren Blöcken für sich sein kann. Einstellungen für die ganze Blöcke können mit einem eingestellt werden. Start Kommentar Die alle erforderlichen HTML-Attribute enthält und kann sogar Animations-Einstellungen enthalten. Dies kann auch verwendet werden, um bestimmte Elemente Ihrer Folien hervorzuheben. Darüber hinaus kann diese Methode verwendet werden, um einige Aspekte aller Markdown-Elemente zu überschreiben. Das Beispiel zeigt, wie Sie die Hintergrundfarbe für ein bestimmtes Element ändern können. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie einige Teile Ihres Dokuments noch stärker hervorheben möchten. Das folgende Beispiel zeigt die Verschaltung von verschachtelten Bausteinelementen. Für die gesamte Tabelle und auch für alle anderen Blöcke können die Eigenschaften für breite Schriftfarbe und Schriftgröße eingestellt werden, die auf jede Zelle angewendet werden. Und jede Zelle kann diese Werte einfach überschreiben, indem sie als erstes Element einen Stil-Kommentar hinzufügt. Diese Einstellungen bleiben sogar erhalten, wenn Sie die Tabelle neu anordnen. Es gibt einige spezielle, interne Formate, um das Aussehen von Code-Blöcken und den Umgang mit Tabellen zu ändern. Diese Themen werden gesondert behandelt. Was sind also Inline-Elemente? Dies sind im Grunde alle kleinen Teile. Wie einzelne Wörter, Fettschrift, Links, Inline-Code, aber auch Bilder und Videos. Im Gegensatz zu Blöcken, bei denen Sie den Kommentar vorne anhängen, können Inline-Elemente geändert werden, indem ein Kommentar an das Ende angehängt wird. Das ist es. Wie Sie an den Ergebnissen sehen können, wird der gesamte fettgedruckte Text als ein Block behandelt. Wobei im zweiten Fall nur das einzelne Wort Text geändert wird. CSS ist ein ziemlich mächtiges Werkzeug und wenn Sie HTML-Kommentare verwenden, um Ihren Markdown zu optimieren, können Sie das Dokument immer noch mit jedem gewöhnlichen Markdown-Interpreter lesen, der diese Kommentare einfach ignoriert. Das Styling von Bildern kann ziemlich oft vorkommen. Beachten Sie jedoch, dass die modale Ansichts-Funktionalität nur möglich ist, wenn ihr Skript die vollständige Kontrolle über das Bild hat. Somit übernimmt es die optimale Skalierung für Sie und führt ein Klickereignis hinzu, um in die modale Ansicht zu wechseln. Wenn Sie also auf das erste Bild klicken, können Sie es genauer betrachten. Wenn Sie auf das zweite Bild klicken, ist eine mit diesem Bild verknüpfte Karte dafür zuständig, die Klickereignisse anders behandelt. Wie funktioniert die Text-Therde des Styling von Bildern? Wenn Sie also auf das Erden, die folgenden Beispiele zeigen einige nützliche Anwendungen zum Kombinieren von Attribut-Injektionen in LIA-Skript-Komponenten. Es kann Anwendungsfälle geben, in denen Sie entweder einige Teile nur auf GitHub anzeigen und eine alternative Ansicht bei LIA-Skript bereitstellen möchten. Wie in den vorherigen Abschnitten kurz vorgestellt, können Sie am Anfang jedes Blogs Kommentare hinzufügen, um zusätzliche Attribute hinzuzufügen. Diese Attribute können auch als Auslöser zum Ausblenden oder Anzeigen von Inhalten verwendet werden. Die Attribute innerhalb des Kommentars überschreiben die Attribute innerhalb des Blogs. Wenn es also mehr Sachen im Stil geben würde, wird dies auch überschrieben. Aber andere Attribute wie diese ID, die nicht im Kommentar enthalten sind, werden nicht beeinflusst. Wie Sie bereits gesehen haben, ist es einfach, Videos zu dimensionieren und CSS-Filter anzuwenden. Es kann jedoch auch vorkommen, dass Sie ein Video an einem bestimmten Punkt starten oder automatisch abspielen möchten, wenn es erscheint. Wenn das Video Ihnen gehört, können Sie die folgenden Attribute verwenden, Autoplay und Muti das Verhalten steuern. Und das zusätzliche Fragment, Raute T ist gleich 4,12, das an die URL des Videos angehängt ist. Teilt den Browser mit, wo das Video gestartet und gestoppt werden soll. Der Stopp-Parameter sollte optional sein. Das resultierende Video beginnt sofort bei Sekunde 4 und endet bei Sekunde 10 und wird natürlich stumm geschaltet. Wenn Sie jedoch auf andere Ressourcen auf Plattformen wie YouTube, Vimeo, Dailymotion, PeerTube oder TeacherTube verweisen, können Sie etwas Ähnliches erreichen, jedoch auf etwas andere Weise. Diese Einstellungen müssen der URL Ihrer Ressource hinzugefügt werden und verschiedene Plattformen können unterschiedliche Funktionen haben. In den meisten Fällen können Sie etwas wie verwenden und Autoplay ist gleich 1 und muted ist gleich true oder und mute ist gleich false, wie es unten dargestellt ist. Unterschiedliche Plattformen unterstützen jedoch unterschiedliche Funktionalitäten. Hier ist eine Linkliste der verschiedenen möglichen Einstellungen. Für PeerTube und TeacherTube konnten wir bisher keine Einstellungen finden. Wo Juliette nicht Critical auf Mit merry Vermitteln Einstellungen 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 guess